Ich dachte, ihr habt das Ganze hinter mir. Ich bin eigentlich nicht mehr in diesem Geschäft. Es geht um die Zeit, von der man immer dachte, sie rauscht an einem vorbei in die Vergangenheit. Ich muss jetzt davon ausgehen, dass gar nichts mehr vergeht, sondern alles da bleibt. Aufgeschichtet wie in einer Gesteinsformation. Ich würde es lieber mit ihrer Assistentin aufgesuchen, auch wenn sie im Leben noch nicht einmal Tango getanzt hat. Musik Musik Müssen Sie sich für irgendetwas bestrafen? Anschließend würde ich gerne noch ein paar Filmaufnahmen machen, Fotos. Das Individuum täuscht sich über seine Souveränität. Die in Wirklichkeit durch die vorgegebene Vielfalt seiner Ausflussmöglichkeiten eng begrenzt ist. Indem der Begriff das eigene Selbst des Gegenstandes ist, das sich als Seinwerden darstellt, ist es... Das ist wohl das begreifende Denken. Nicht ein ruhendes Subjekt, das unbewegt die Akzidenzen trägt, sondern das sich bewegende und seine Bestimmungen in sich zurücknehmende Begriff. Der zweite mit dem langen. Der zweite mit dem langen. Okay, dale. Oh, oh, oh 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 oh... Barrio, barrio... Die scheinen uns hier unten vergessen zu haben. Dann kommt wohl die Dame mit dem Geld. Das geht ab. Dann kommt wohl die Dame mit dem Geld. 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 Dann kommt wohl die Dame mit dem Geld.